Willkommen zurück. Da du nun erfolgreich deine erste Anfrage an den Playfab-Server getätigt hast, kannst du einen Schritt weiter gehen und dich um die Logik für die Registrierung von Spielern kümmern. Das Ziel in diesem Video ist es, dass du verstehst, wie du per Script, also direkt hardcoded, einen Benutzer erstellst und diesen dann auch dir im Dashboard bei Playfab, also bei deinem Developer-Account, dann anzeigen lassen kannst. Erstelle dir dazu in deinem Script eine neue Methode für die Registrierung deiner Nutzer. Also ich öffne hierzu wieder das Script. Das Script bei mir heißt Playfab-Login-Script und in diesem Script erstellst du eine neue Methode. Die Methode an sich lege ich einmal hier unten an und die ist dann zuständig für die Registrierung. Also hier Registrierung, Public Void, dann wählst du einen Namen für deine Methode. Ich nenne diese jetzt einmal Register. Okay. Innerhalb der neu angelegten Methode erstellst du dir einen neuen Request. Und dieser Request, der wird dann, wie auch schon in der letzten Folge gezeigt, per API-Anfrage, also per API-Request an den Playfab-Server übergeben. Ja, jetzt ist die Frage, welche Klasse musst du für diesen Request letztendlich hier festlegen. Also wir haben das ja auch hier oben getan. Hier var und dann Leerzeichen Request, ist gleich und dann hier die Klasse Login with Custom ID Request. Und für die Registrierung benötigen wir jetzt hier eine eigene Klasse. Also var Request können wir schon einmal schreiben, aber jetzt ist die Frage bei diesem ist gleich, was wir auf der rechten Seite hier zuweisen. Dazu begibst du dich am besten in die Dokumentation von Playfab, also in die API. Diese findest du ja auch in der Help-Section, also hier bei deinem Titel. Hier unten ist die Help-Section. Und in dieser Help-Section findest du die Playfab-Documentation-Site. Der Link dazu wäre der API von Playfab.com und da gibt es ja weiter unten diese Client-API. Und in dieser Client-API suchen wir jetzt einmal nach einer Klasse, die du verwenden kannst, um eben einen neuen Spieler, einen neuen Playfab-User zu registrieren. Du siehst jetzt auch hier schon, ich bin in der Playfab-Client-API. Da können wir nach unten scrollen und sehen wir viele verschiedene Klassen, die wir verwenden können. Das Ganze ist zum einen nach Alphabet geordnet, zum anderen aber auch nach Kategorien. Also du siehst hier beispielsweise Account-Management. Da geht das Ganze hier von Ad-Generic-ID bis hier unten zu Update-User-Title-Display-Name. Das ist wichtig zu wissen, also hier sind nicht alle Klassen nach Alphabet sortiert, sondern in erster Linie nach verschiedenen Kategorien. Und innerhalb dieser Kategorien, da gibt es auch Authentication. Ich scrolle dazu ein bisschen nach unten, Authentication. Und hier in diesem Abschnitt findest du unter dem Buchstaben R, hier, da findest du Register Playfab-User. Solltest du das hier jetzt nicht auf Anhieb finden, dann benutze die Suchfunktion, also Steuerungstaste und F. Und dann hast du hier die Suchfunktion eines Browsers und dann kannst du über Register Playfab-User dir das Ganze hier direkt auch suchen. Okay, und diese Klasse verwenden wir jetzt auch in unserem Script. Also du kannst hier mit der linke Maus das Ganze selektieren und erhältst hier ein paar Informationen, eine Beschreibung und welche Properties hier übergeben werden können. Ja, und das hier verwenden wir jetzt in unserem Script. Also hier haben wir More Request ist gleich New. Und hier schreibst du Playfab-User und da findest du dieses User-Request. Die Autovervollständigung erkennt das bereits, denn wir haben hier oben using Playfab.ClientModels. Okay, also das hier selektieren. Okay, und damit hast du in dieser Variable Request hier ein neues Objekt der Klasse Register Playfab-User-Request. Und bevor du diesen Request jetzt wie hier oben über die Client-API versenden kannst, ist es wichtig, dass dieser Request auch einzelne Informationen erhält. Denn so ein Register, also so eine Registrierung, die benötigt natürlich auch irgendwelche Daten. Beispielsweise E-Mail-Adresse, das Passwort oder auch den Username. Und genau diese Daten speicherst du in diesem Request hier ab. Du findest das auch in der Dokumentation. Also hier bei Register Playfab-User, da findest du verschiedene Möglichkeiten, was hier übergeben werden kann. Beispielsweise das Passwort, Title-ID, Username oder auch die E-Mail. Ganz wichtig, in rot siehst du hier Required. Das heißt also die Title-ID, die müssen wir auf alle, alle Fälle übergeben. Also schreibe hier unten Request Punkt und dann wird dir das auch vorgeschlagen, welche Parameter du hier übergeben kannst. Request Punkt, Title-ID, nehmen wir das einmal zuerst. Und die Title-ID, die kannst du direkt aus deinen Playfab-Settings auslesen. Also du musst hier nicht die Title-ID aus deinem Spiel hier auslesen. Also ich hätte jetzt die Title-ID hier in meinem Menü. Das wäre quasi meine Title-ID. Das ist nicht notwendig. Du kannst hier direkt in deinem Script schreiben. Playfab-Settings Punkt Title-ID. Und schon wird aus den Settings, die du ja hier festgelegt hast, zu Beginn, hier bei Playfab-Editor-Extension, da wurde ja die Title-ID festgelegt. Also hier in den Settings wurde der Titel festgelegt und somit auch die Title-ID. Und über diesen Befehl kannst du direkt die Title-ID auslesen. Nun ist das natürlich so, dass die Title-ID alleine für unser Beispiel nicht reicht. Denn so ein neuer Nutzer, der sollte natürlich einen User-Name, eine E-Mail und ein Passwort haben. Und genau diese Daten übergeben wir jetzt einmal. Eingabedaten zuweisen. Schreiben wir hier Request Punkt E-Mail ist gleich. Da kannst du jetzt eine beliebige E-Mail-Adresse nehmen. Es ist nicht wichtig, dass du eine E-Mail-Adresse nimmst, die du auch dann verifizieren kannst. Das ist aber sinnvoll, nur eigene E-Mail-Adressen zu verwenden. Also Zeichenkette übergeben und das schreibe ich einmal test.at-mark.com Okay, dann Request Punkt Username. Da kannst du dir jetzt einen Username aussuchen, einen Benutzernamen. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Vornamen. Und dann ein Passwort. Da nehme ich jetzt einmal ein todsicheres Passwort und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, jetzt siehst du, wir haben hier einen Request erstellt, um so einen Nutzer zu registrieren innerhalb unseres Titels, innerhalb unseres Playfab-Titels. Die Daten werden jetzt statisch zugewiesen innerhalb der Scripts. Das hier solltest du natürlich später in deinem Spiel nicht tun. Wir machen das jetzt nur einmal zum Testen. In der nächsten Folge werden wir dann Input-Felder erstellen für dieses Registrieren. Und dadurch wird auch dieser Text hier dynamisch sein. Für die ersten Tests reicht das aber jetzt einmal aus. Und jetzt hast du hier in diesem Abschnitt deinen Request mit deinen Daten erstellt. Der nächste Schritt wäre jetzt quasi Übergabe des Registrierungs-Requests an Playfab-API. Ja, wie funktioniert das? Im Endeffekt müssen wir diesen Request nur so verpacken, dass wir das an den Server von Playfab senden können. Hier oben hatten wir das schon einmal gemacht. Playfab-Client-API. Und dann der Name der jeweiligen Methode hier oder der Name des jeweiligen Requests. Machen wir das doch hier auch. Playfab-Client-API. Ja, und jetzt musst du dir eine Methode suchen, die auch zu unserem Request hier passt. Geben wir doch einmal Register ein und sehen, was wir hier zur Verfügung haben. Also es gibt drei Möglichkeiten. Register for iOS Push Notification. Hört sich nicht so an, als würden wir das benötigen. Register with Windows Hello oder Register Playfab User. Das hört sich gut an. Wir machen hier einmal Klammer auf und dann siehst du auch, welche Parameter wir benötigen. Wir benötigen einen Request, einen Result-Callback und einen Error-Callback. Also eigentlich genauso wie hier oben Request, Result-Callback und Error-Callback. Einen Request hast du bereits. Das war nämlich die Geschichte hier. Das heißt, du kannst hier gleich Request schreiben. Also den Namen deiner Variable, die du hier verwendet hast. Danach benötigst du einen Result-Callback und einen Error-Callback. Das bedeutet, wir müssen uns wieder zwei Methoden anlegen. Zum einen lege ich mir hier einmal onRegisterResult an. Also wie gesagt, das sind frei gewählte Namen. Und onPlayFabError lege ich hier an. Also das wird jetzt hier so in dieser Form ja nicht funktionieren. Du siehst hier auch schon die Glühbirne und das Ganze ist hier mit Rot unterringelt. Wie auch schon im letzten Video gezeigt, kannst du dir so eine Result- oder Error-Callback-Methode direkt in Visual Studio generieren lassen. Dazu mit dem Mauszeiger über diesem onRegisterResult. Dann zeigt es hier die Glühbirne an und da gibt es diesen Pfeil. Auf diesem Pfeil klicken und da siehst du hier Methode PlayFabLoginScript onRegisterResult generieren. Das heißt also, dadurch wird diese Methode in unserem jetzigen Script hier erstellt. Linke Maustaste zum Bestätigen. Schon ist das hier nicht mehr rot markiert, denn wir haben jetzt hier unten unsere Methode. Okay, gleiches kannst du jetzt auch mit onPlayFabError tun. Hier wieder den Pfeil klicken, neben der Glühbirne und dann Methode onPlayFabError generieren. Perfekt, jetzt hast du hier alle drei Übergabeparameter, die hier notwendig sind. Wichtig ist, dass du die einzelnen NAT Implemented Exceptions hier auch aktualisierst. Also hier unten bei Register PlayFabUserResult. Das ist ja der Fall, wenn die Registrierung funktioniert hat. Das heißt, ich schreibe hier einen Printbefehl. Registrierung hat funktioniert. Und hier ersetze ich das Ganze mit einem Printbefehl. Es ist also vollkommen egal, was du hier letztendlich dann ausgibst. Wichtig ist nur, dass du dieses NOT Implemented Exception hier aus dem Block entfernst und durch eine eigene Logik oder hier komplett leer lässt. Sinnvoll ist es aber hier, einem Printbefehl zu hinterlegen, denn dann siehst du auch auf der Konsole, was hier letztendlich das Resultat unseres PlayFabClientAPI Requests, also dieses Register PlayFabUser, was da das Ergebnis war. Das ist wichtig für uns, denn wir möchten genau diese Daten, die wir jetzt hier hardcoded eingegeben haben, die möchten wir in unserem PlayFabTitel registrieren. Und der PlayFabTitel ist ja hier. Derzeit ist es nämlich so, dass hier bei Players eigentlich noch keine Spieler sind. Das hier stammt nur aus der letzten Folge. Da hatten wir nämlich nur einen temporären Spieler erstellt über diese Anfrage mit Getting Started Guide. Das war nämlich der Code hier. Deswegen wird dieser hier bei den Spielern angezeigt. Als wirklichen Spieler kann man diesen nicht werten, denn es gibt jetzt hierfür keine E-Mail-Adresse, Username oder auch ein Passwort. Das heißt also, unser Ziel ist es jetzt, diese Logik hier zu verwenden, diese neu angelegte Logik mit dieser Methode Register, damit der Spieler hier registriert wird. Sobald nämlich das hier funktioniert, können wir uns ein Formular anlegen und dann die Daten hier direkt an die einzelnen Felder weitergeben. Lass uns aber zuerst einmal diese Logik hier testen, die wir jetzt neu angelegt haben. Erstelle dir dazu in deiner Szene hier vielleicht ein neues Panel mit einem Button. Also ich klicke hier der rechten Maustaste in der Hierarchie und dann UI-Panel. Dadurch wird dieses neue Panel hier angelegt und auf dieses Panel packe ich jetzt einmal einen Button. Rechtsklick, UI-Button. Also auf das Panel klicken und dann hier einen Button hinzufügen über UI-Button. So, jetzt siehst du auch, da ist ein neuer Button. Den kannst du auch skalieren, indem du den Button selektierst und hier dieses Racked-Tool verwendest. Dann kannst du den Button größer ziehen. Der Button hat auch ein Textfeld. Dieses könntest du jederzeit anpassen. Wichtig, am besten den Text hier auf Best Fit setzen. Dann hat dieser Text auch die richtige Relation zum Button. Okay, den Text umbenennen in Registrieren. Das reicht definitiv fürs Erste aus. Ich möchte jetzt nur auf den Button klicken können und dann direkt im Script dieses Register ausführen. Alles weitere wird auf der Konsole, auf der Unity-Konsole dann erscheinen. Also, selektiere deinen angelegten Button. Hier im Inspektor auf der rechten Seite da nach unten scrollen. Da findest du dieses On-Click in der Button-Komponente und da fügst du jetzt deine Methode hinzu. Die Methode ist bei mir im Playfab-Login-Script und dieses Script muss an einem aktiven Game-Objekt sein, sonst können wir auf die Methode nicht zugreifen. Also hier Playfab-Manager, da siehst du hier Playfab-Login-Script. Das ist miteinander verknüpft. Also das Playfab-Manager-Game-Objekt, das beinhaltet aktuell dieses Script hier. Das heißt, du kannst bei deinem Button dieses Playfab-Manager direkt mit diesem None-Objekt verlinken. Und jetzt hast du auch die Möglichkeit über dieses No-Function, da wählst du dein Script aus, denn das ist ja an dieses Game-Objekt geknüpft. Und da solltest du die Register-Methode finden oder welchen Namen du auch immer für diese Methode vergeben hast. So, das Register auswählen. Sollte das Register bei dir nicht zu sehen sein, dann überprüfe noch einmal, ob deine Methode für diese Registrierung, ob die auch mit dem Modifier Public hier gekennzeichnet ist. Nachdem die Verlinkung bei dir steht, starte dein Projekt einmal über den Play-Button. Hier haben wir den Button zum Registrieren. Wichtig zuerst die Konsole hier öffnen. Siehst du noch, API Call hat funktioniert. Diese Meldung stammt aus der Logik der letzten Folge hier, aus der Start-Methode. Das soll jetzt für diese Folge nicht so wichtig sein, denn für uns ist jetzt wichtig, was passiert, wenn wir auf diesen Registrierung-Button klicken. Also klicke auf deinen Button und jetzt siehst du hier unten als Ausgabe, Registrierung hat funktioniert. In Abhängigkeit zu deinem Script könnte natürlich auch zurückgegeben werden, Registrierung fehlgeschlagen. Bei mir wurde jetzt zurückgegeben, Registrierung hat funktioniert. Das sollte eigentlich auch bedeuten, dass dieser Nutzer, den ich hier angelegt habe, also die Daten, die ich hier hinterlegt habe, dass genau dieser Nutzer jetzt auf dem Play-Fab-Dashboard zu finden sein sollte. Und genau das werden wir jetzt einmal überprüfen. Also öffne dein Play-Fab-Dashboard. Ganz wichtig, dass du den richtigen Titel hier auch auswählst. Also bei mir ist das hier YouTube-Tutorial. Gleiche das am besten noch einmal ab mit deiner Play-Fab-Editor-Extension hier in den Settings, dass du hier den richtigen Titel auch wählst. Und dann begibst du dich auf den Players-Tab. Und hier siehst du jetzt dieses Play-Fab-Symbol und eine neue ID. Letzter Login, das ist jetzt die aktuelle Uhrzeit. Und hier bei Created steht Today. Ja, und so ein neuer Eintrag, das sollte bei dir jetzt auch zu finden sein. Selektiere diesen Eintrag einmal, also direkt auf die ID klicken. Denn, dann hast du jetzt hier weitere Informationen zu diesem Nutzer. Zum einen siehst du hier oben einmal den Benutzernamen, also den Username, den du in deinem Script hier festgelegt hast. Also siehst, der stimmt hier direkt überein. Diesen Play-Fab-Username, der wird auch hier unten angezeigt. Also ein bisschen weiter nach unten scrollen zu diesem Master-Player-Account. Da siehst du hier den Username. Du siehst den genauen Zeitstempel, wann letztendlich dieser Account erstellt wurde. Ganz wichtig, bei mir steht jetzt hier 12.41 Uhr. Laut meiner Windows-Uhr ist es aber schon zwei Stunden später. Also davon nicht verunsichern lassen, denn es wird quasi die mitteleuropäische Zeit verwendet. Ja, und hier bei diesem Master-Player-Account, da findest du nicht nur Player-ID und den Play-Fab-Username, sondern du könntest dir auch die E-Mail anzeigen lassen, du könntest das Passwort ändern oder du könntest dem Nutzer hier auch eine E-Mail senden, damit er sein Passwort selbst zurücksetzen kann. Das Passwort an sich kannst du als Admin oder als Developer hier nicht einsehen. Das Einzige, was du tun kannst, ist hier bei Unlock, dass du die E-Mail-Adresse des jeweiligen Nutzers dir ansehen kannst. Okay, weiter oben findest du im Übrigen auch noch bei Title-Player-Account hier den First-Login und den Last-Login. Das heißt also, diese Registrierung hat jetzt funktioniert. Eine wichtige Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich die Registrierung noch einmal ausführen würde. Wir haben hier die gleichen Daten, die gleiche E-Mail-Adresse und den gleichen Benutzernamen. Und wenn ich jetzt noch einmal auf Registrieren klicke, dann siehst du, als Rückmeldung bekomme ich jetzt nicht Registrierung hat funktioniert, sondern Registrierung fehlgeschlagen. Und das liegt daran, weil sowohl die E-Mail-Adresse als auch der Username bereits verwendet wird. Würde ich den Username jetzt umändern, hier vielleicht nämlich mal 1, 2, 3, dann würde die Registrierung trotzdem nicht funktionieren, und der Grund hier ist, weil bereits ein Nutzer mit dieser E-Mail-Adresse hier existiert. Das heißt also, würdest du die E-Mail-Adresse hier auch ändern, also hier in Test 1, 2, 3, dann wären diese beiden Zeichenketten jetzt anders im Vergleich zum ersten Mal, wie wir uns registriert haben. Das Passwort kann eigentlich gleich bleiben. So, jetzt klicke ich hier nochmal auf Registrieren. Und wie du siehst, die Zahl hat sich geändert von 1 zu 2. Und jetzt haben wir hier, Registrierung hat funktioniert. Und im Dashboard bei PlayFab wirst du hier unter Players jetzt noch einen weiteren Spieler sehen. Hier, sieben Minuten später, habe ich diesen Spieler hier registriert. Und der hat diesen Username. Das entspricht genau unserem Script. Soviel also zur Registrierung eines neuen Accounts direkt per Script. Im nächsten Video legen wir uns dann ein Registrierungsfenster an, damit sich der Benutzer dann auch direkt über die Oberfläche mit seinen eigenen Daten registrieren kann. Freu dich also schon einmal darauf. Bis dahin. Ciao.